Die Lemurian Star Die Lemurian Star Die Lemurian Star Nimm dich! Nimm dich! Nimm dich! Danke. Ja, ohne mich wirkten sie ganz hilflos. Was ist mit der Krankenschwester bei dir gegenüber? Die scheint doch ganz nett zu sein. Erst im Maschinenraum sichern, dann der State. Ich bin multitaskingfähig. Ich habe gesagt, Patron, wenn wir uns die Schilder bezahlen wollen, starten mit ihnen zu senden. Und ich will nicht warten. Appel, Durand. Ich will, wenn die Schilder kommt. Ja, Patron. Natascha, Stathos, bitte. Stathos, Natascha. Natascha! Maschinenraum gesichert. Auf mein Kommander. Drei. Zwei. Eins. Auf mein Kommander. Drei. Die Gesellschaft steht auf der Kippe zwischen Ordnung und Chaos. Captain. Sind Sie bereit? Solange ich mich überhaupt erinnern kann, wollte ich immer das Richtige tun. Nur bin ich heute nicht mehr sicher, was das ist. Die Welt hat sich verändert und keiner von uns kann überzeugen. Wir können nur unser Bestes geben. Es wird Tote geben. Das kann ich nicht zulassen. Acht? Feierabend. Nachfolger. Da. 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 Vielen Dank.